Oh, guck dir mal den Pfirsich an. Welchen? Oh, der da hinten. Da beben ja die Wände zu Hause. Welcher Pfirsich? Der riesen Pfirsich da. Du meinst die Frau. Oh, Alter. Das ist ein Pfirsich. Willst du mich verarschen? Ich fass es nicht. Hallo, in welchem Film bist du gerade? Soll ich dir die Nummer klären? Soll ich aussteigen? Nein, ich mein diesen Gemüsegarten. Da wachsen doch Pfirsiche an. Das können Gemüsegarten. Ich kann dich sabbern. Ist das dein Ernst? Wollt ihr los? Du wolltest noch Musik machen. Siehst du im Rückspiegel? Die Melonen. Oh, guck dir mal die Frau an, die über die Straße läuft. Alter, weißt du, wie respektlos das ist? Das ist eine natürliche Schönheit. Warte mal. Was ist deine Mission? Willst du mich nicht hübsch? Es reicht, okay? Fahren wir jetzt los? Du wolltest noch Musik. Keine Musik? Hört das mal Spaß? Du bist die Schönste von allen. Von hier bis zum Universum. Das ist witzig. Ich soll Musik machen. Ist die Message angekommen? Schatz, aber das war doch ein Spaß.